Wenn Menschen rausfallen sehen, das ist nicht schlimm. Schön, sag's nochmal. Es ist nicht schlimm. Nein, was du doch vorgesagt hast. Was hast du doch vorgesagt? Ich hab hier schon Menschen runterfallen. Cool. Cool. Aber da lag auch viel. Richtig cool. Ja, toll. Noch besser. Fühlt ihr euch gut? Ja. Jetzt ist gut. Nicht nach unten gucken. Warte, ich mach nur die Kamera nach unten. Scheiße, diese Hose, dieser 5kg Stock. Ja, das ist echt schwer. Und sie hat ja noch eine Hose drunter. Gau, die Hütten. Ja. Hier gibt es diese fantastische Rutsche. Ich glaube, ich kann damit nicht rutschen. Ich glaube, ich bin zu schwer. Ich auch. Und es gibt diese fantastischen Regeln. Jungs, nicht die Rotjoklittern. Mädels. Ich dachte, sie wären auch knapp. Ich bin nicht die Rotjoklittern. Bis zum nächsten Mal.